hallo liebe freunde und willkommen zu einer neuen folge von let's play league of legends rankt wir sind in der vorletzten im vorletzten promospiel sind wir jetzt gerade es sieht nicht gut aus es steht 6 zu 26 niederlagen zu zwei sieger es ist eine blamage ich bin es gewöhnt in der pro also ist nicht so schlimm wir spielen noch mal top lane mcna gegen pantheon ja das wird nicht gut pantheon ist einfach scheiße pantheon ist so wie pantheon ist so wie timo der wirft einfach seinen speer und du bist tot und das viermal wenn er viermal seinen speer wirft bin ich tot und das gibt mir so auf den sack das ist da wird noch so ein champion dem wir wahrscheinlich im anderen let's play richtig viel spaß machen wird ich freue mich schon also ich freue mich wenn ich den spieler und spaß freue mich auch wenn ich nase spiele so einfach weil es sind halt alles so champions die ich jetzt noch nicht spielen kann aber weil sie noch nicht gespielt habe oder zu wenig gespielt habe oder damals gespielt aber noch vor zwei jahren ja und hat sich halt alles verändert so wir haben im jungle nasus weiß ich nicht ich weiß nicht wie gut im jungle nasus ist keine ahnung in der mitte kam er kam er gegen jazoo mal sehen ich denke mal dass ich hoffe dass kam halt wirklich mal gewinnt ich hoffe dass unsere mitte wirklich mal richtig krass auf die kacke haut und den mit laner richtig aus dem leben zerstört das hoffe ich mal was passiert vor allem weil es ja so ist ja und namens rave und elisa ist schon mal gut für uns weil reden ist ja relativ so hoffe ich mal dass es klappt gut ich werde ich auf rüstung eigentlich habe ich für die falsche ruhe gewählt eigentlich wollte ich die ruhe umstellen egal gut ja ja und ja ich spiele gegen pantheon mal gucken im jungle jacks die haben so ein richtiges kack team somit die haben der perfektes team wollte ich sagen die haben der pantheon mit der seiner ulti die haben den jacks die haben den packen ja so mit seiner ulti dann haben die noch eine brauche die und die wählen wir haben einfach ein komplettes damage team was wehtun wird es wird einfach wehtun dieses game und ich bin ja es wird wehtun bin mir ziemlich sicher dass wir das verlieren werden einfach nur weil die so eine gute team combo haben und wenig wir haben halt mich so der mit seiner ulti was machen kann der ist der nasus ja okay da kann vielleicht einen one shotten auf minute 20 vielleicht und ja das war's und der pantheon die haben einfach ein perfektes team finde ich die haben so ein richtig gutes team so der jesu haut seine ulti rein macht er haut seinen dings rein macht seine ulti ich denke mir nur so schön alter ne er hat erstmal so ein schild weggemacht los geht's ich weiß nicht wie er die knallen legt alter du bist ja mutig jetzt ist vorbei jetzt muss ich weg ja da habe ich überhaupt nicht dran gedacht gerade dass der level 2 hätte könnten schlecht für mich gelaufen toll müsste ich kann mir keinen schweiß ich kann mir keinen wort ich kann mir gar nichts was ist der level 3 ich bin so ein idiot warum bin ich nicht einfach safe gegangen warum bin ich nicht einfach safe weggegangen oder irgendwas anderes das wollte ich mir erst mal das wollte ich mir erst mal okay ja 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 Ich werde mich erstmal nicht mit dem anlegen. Oh Gott, Svenja feedet den doch noch mehr, Alter. Lass mal sein. Tut weh. Ich stand schon drinnen, ist Bullshit hier, man ey, regt mich das auf, vielleicht sollte ich mal aufhören Leute zu zocken, in dem grad sehen ich alle Folgen deinander auf. Ah, er sieht dich, da steht ein Wort, wer hätt´s gedacht, ich nicht. Erstmal Top-Tippe. Komma. Wow. Gut Job. Würde ich sagen. Wer geht jetzt weg? Tja, toll. Mann, Alter, ich farm aber auch schon wieder scheiße. Vielleicht sollte ich mal aufhören alles anzuhalten. Okay. All right. Okay. Ja gut. Da mach ich einfach gar nichts, was soll ich da machen Toll, nice, naja Nein, du bist einfach nur schlecht Karma, what the fuck Das ist ein fucking Yasuo, Yasuo ist schon immer strong Die haben den doch auch aus irgendeinem Grund noch nie genervt, den Typ, glaube ich What the fuck, was tut der denn? Ah, ich bin Level 6, Mensch, ey, hat das lange gedauert Das ist so Bullshit, Alter, mit diesen Scheißblocken, ey, es geht mir so auf den Sack Ja Fuck, Alter Fuck, Alter Verbündeter wurde gekriegt Ein Gegner wird zum Daseerker What the fuck, ey, ihr flasht denn auf mir? So, der ist einfach vorbei, so Ich dann halt Zwei komplette Rages von ihm entfernt, so Läuft richtig gut Ich freu mich richtig Bitte fehlt, bitte fehlt Ach, ja Oh, Drake ist weg Oh, passt auf Toll Ich freu mich richtig, ja, es macht so viel Spaß in dieser Elo zu spielen, ah, Mensch, ey Wieso sind die Gegner eigentlich immer besser als wir, ich hab hier, das ist wirklich immer noch so eine Frage Wieso die Gegner immer stärker sind Ich hab zwar vorher gesagt, ja, es ist aber trotzdem, warum ist das dann so? Wieso spielt die Karma, die keine Ahnung hat, gegen einen Yasuo-Spieler, der anscheinend mit Yasuo schon Level 7 ist Das ist doch einfach nur Bullshit Ja, hier, Top-League geht außerdem Oh Lass mich mal in Ruhe, bitte Das war einfach nur kompletter Bullshit Toll, ich kann auch oben nichts mehr machen jetzt Er hat einfach ein Humus, ey Dann machen wir einfach weg Oh, ho, ho, ho Ja, toll Okay, ich bin ein Backport, richtig nice Genau ich weiß ja ich keine ahnung wo der hin ist vielleicht wardet der auch hoch hallo soja klau mir noch den farm alter ich hab noch 50 what the fuck ich hab das mit ja stimmt ich habe ja umgebaut also kommt auch so kommt immer noch immer noch immer noch besser ich bin richtig fett da mache ich halt einfach gar nichts so wird er mich verarschen ja ich geh jetzt auf full tank hat es vergessen dass ich jetzt auf full tank gehe nach dem black lieber auf full tank weil ich muss auch ein bisschen schaden machen wir haben keinen wir haben nur den darius der schaden macht der jacks ist noch nicht mal mit einberechnet das game ist einfach over holy shit ich meine die können machen was sie wollen guck dir das an das ist einfach lächerlich ich gehe nicht weiter guck mal da wie sie überall sind wieso fliegen ja hallo hallo du kommst du jetzt eigentlich auf meine top lane und bist du in den farm weg what the fuck das ist bitte falsch die kommst du auf meine top lane und bist du in den farm weg manchmal grubi so bei den leuten ey dick die sich so ja ich geh mir mal ich könnte gerne falten aber ich kann nicht runter kommen ich versuche es ja ich versuche es ja 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 erst mal zweimal nein es macht es macht keinen sinn das game jetzt noch weiter zu spielen für also es macht wirklich keinen sinn wir kriegen die kriegen die nicht tot noch nicht mal in dem stadion mit und dann einfach drei items schon die fuck alter geht doch noch nicht hinterher nicht ja ich weiß nicht ich will es wurde aber ich es nicht , ich 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 gehe doch nicht wenn ich schon fertig habe oder zumindest ist jeder wenn ich fertig habe sollte brauche ich nicht auf irgendetwas anders sagen einfach drei davon tower dives sollte vielleicht damit untergehen wäre vielleicht ganz praktisch ist dann über 1000 da konnte ich noch nicht mal meine ulti machen nein halt falsch 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 ist schon und dann baut sie sich rabattons alter holy shit da krieg ich krieg da cholera aber richtig krasse cholera what the fuck die baut sich einfach da rabattons gegen jazoo da brauchst du dir wenn schon wenn du schon zweimal stirbst definitiv verkackte sonjas aber doch nicht rabattons was will die denn machen damit den hut schmeißen oder wat ja mach doch weiter deine krox das ist eigentlich guter dass der draven halt nix selber schaden noch mal das ist wird das wäre einfach selbstmord gewesen jetzt gerade ja naja ihr macht das doch ich glaub da an euch aber ja die piet mir da nisch gebracht so der draven überlebt nimmt vielleicht schon aber so ich kann doch nicht mal sagen jetzt ich kann doch nicht mal sagen jetzt ich kann doch nicht mal sagen jetzt dann bin ich gut absnacken ja erreicht oder ja 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 um gottes willen das eine tortur hier leben und rüstung ja das hab ich gern dut 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 leben und rüstung hab ich ja Oh, hallo. Er ist so. Oh, gute Vater, ey. Ha, ha, das ist so lächerlich, wie viel Damage der drückt. Verlässt halt lächerlich, ich war schon auf dem Boden, er kann immer noch seine Ulti machen. Auch richtig gut. Dein Asus, Alter. Schöne Ulti, er da. Mensch, er braucht, er weiß auch definitiv, was er tut. Ihr solltet da zwar nicht Angst haben, aber nein. Irgendwie ja nicht. Ach, scheiße, ich glaube, ich fett tot. Was denn? Was soll ich denn machen? So, mehr konnte ich nicht machen. Oh, ha, hier. Mann, 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 ey. So, ich brauch Leben. Ich brauch Leben, das heißt, ich hole mir... Eigentlich würd ich gerne den Froster mal holen. Ich hole mir das. Jetzt wollte ich mir erst mal Leben. Warum hole ich mir Leben? Ja, weil ich es noch zu wenig hab. Ich sollte mir mal das holen. Und das. Ja, wir halten uns noch. Das ist halt so eklig. Das sind halt einfach, weil die Gegner halt dumm wie Stroh sind. Okay. Das ist mal weg. Felix. Mensch, lieber komm her. Fламvergänze. rho! Hö! 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 Stern! warum seid ihr da so weit vorne was soll denn das was war das ist richtig gut von dir gemacht Alter. Denken die sich ja gut, wir können uns da richtig rein. Gemacht. Ja, mal sagen. Ah fuck, Alter. Da hab ich mich gedreht. Oh nee, lass mich mal raus hier. Boah, lass mal. Hahaha. Ja, toll. Toll, super. Jetzt steht zwei, sieben. Ich freu mich richtig auf Bronxa. Ich hab gar nicht die Elo verglichen gerade. Toll. Zwei, sieben, Alter. Alter, mal scheiße. Brrr. Fuck. Naja, gut. Ähm, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, habt noch einen schönen Tag und tschüss. Und dann von genau das. Und dann ist dann nochmal die müssen. Vielen Dank.